Als Oase, mitten im Trubel der Stadt sowie als echter Geheimtipp ist das Café und Restaurantmeierei im Wiener Prater längst bekannt. Der Genuss steht dabei im Zentrum allen Tuns, egal zu welcher Tageszeit. Ab 10 Uhr verwöhnt sie das ganze Team mit einem reichhaltigen Frühstück, das sie bei Schönwetter auch gerne auf der herrlichen Terrasse genießen können. Köstlichkeiten wie etwa das Sultaler Backhänderl oder die hausgemachten Povidl-Datschal gibt es anschließend zur Mittags- und Abendzeit. So auch die weiteren Schmankerl, ob modern, leicht oder typisch wienerisch, welche die Küche zu bieten hat. Das im Jahr 1952 gegründete Unternehmen erhielt bereits mehrfache Auszeichnungen für die herausragende Qualität der Gerichte. Fühlen auch Sie sich in der einzigartigen Atmosphäre des Lokals rundum wohl und überzeugen Sie sich selbst von der umfassenden Speisekarte. Weitere interessante Informationen finden Sie vorab auf www.meierei.at www.meierei.at www.meierei.at